Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Entschuldigung von Xenoblade Chronicles. In der letzten Partie haben wir den Anfang getan beim Aufbau der Colony 6 bzw. bei mir Aufbau. Und wir haben noch zwei Missionen, die wir jetzt abschließen können bzw. mal gehalten haben, wie zum Beispiel das neue Gerobo einen Brief von einer anderen noch hinbringen. Und dann gehen wir direkt zu Gerobo und dann müssen wir noch mal in die Mine und die Colony 6 für zwei weitere Aufgaben. Ich glaube danach können wir eigentlich schon wieder zum Sumpf zurück. 18. Ich glaube, dass wir Colony 6 gerade weiter ausbauen können oder die Ressourcen. Weil ich gerade nicht ganz auswendig weiß, zum einen wo ich dich herbekomme, zum anderen was das für Ressourcen sind. Ja, ich gebe mir Gerobo einen Brief. Oh, will ich schon da sein? Ich gebe mir zu oder die Lade an. Ich werde schon mal gefehlt. Auch hier, aber, ich habe jetzt noch etwas gefehlt. Sie werden dafür verkauft, dass wir eine richtige hohe matched sind. Wie gesagt, wir müssen ja nochmal hier Richtung Mina. Dann zwei, theoretisch zwei Noppern in Gefahr, sonst zum anderen Noppern noch. Gut, glaube ich, von seinem verstorbenen Büro oder Archive irgendwo gelassen hat. Beziehungsweise, ich glaube, Thorin hat den hier gelassen und er möchte ihn zurück als anwenden. Ah, na gut, ich gehe dann mal hier zu Mina und suchen die zwei verschwundenen Moppern. Hier ist halt nicht der Weg zur Mina, das heißt, es müsste schon in der Mina sein. Das ist das, was wir hier erst tun. Von den zwei. Okay, ich suche Kiroki. Kiroki kann hier nicht weg, hat zu viel Angst. Aber Kiroki ist... Hat hier gekommen als Nikita. Nikita hat letztes Mal Blume gepflückt und Kiroki besiegt. Jetzt hat Kiroki gewonnen. Da steht noch 156 zu 156. Ja, also Unnuchin. Und Kiroki geht nach Kolonik 6 um anzugeben. Okay. Das war jetzt aber nur der eine. Von den zwei. Der andere Mopper müsste noch draußen sein. Hm. Ganz kurz, ich weiß ja nicht genau, wo wir den Hotel kommen würden. Von dem gehe ich jetzt einfach mal schnell den Weg hier ab. Ah, da schauen wir von nach vorne. Macht doch ja Sinn. Da wir fordern ja hier... Begegnet sind. Okay, aber das heißt... Okay, aber das heißt... Ah. Jetzt ist es wieder so nach mir nach draußen. Vor die Mine. Und dann den Weg nochmal abgehen. Das ist ja eigentlich gerade ein bisschen komisch. Das ist ja genau so viel Zeichen. Ich hab's dann gezeigt wurde. Hm. Das ist ja eigentlich gerade ein bisschen komisch. Das ist ja genau so viel Zeichen. Ich hab's dann gezeigt wurde. Hm. Okay. Ich hab's dann gesagt... Ich wusste nicht, wo wir dafür hin müssen. Hm 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 hm. Aber schau mal hier an. Und da ist ein... Ich hab's dann geändert. Ich hab's dann geändert. Ich hab's dann geändert. Ich hab's dann geändert. Das war's für heute. Kannst du das Ding machen? Das hat sich ein paar Probleme Okay, jetzt haben wir noch ein Problem. Ausflüssigen Bilderumzeugen. Das ist natürlich was anderes. Ah, danke, dass sie gekommen seid um mich zu retten. Hm, ich hatte solche Angst, wie immer als ein Monster. Eigentlich kann ich wieder zurück nach Colossus 6. Hatte ich es keines Gründen länger aus. Okay, und dann gehen wir hier zurück, geben den Brief noch ab. Und gehen dann zum Sumpf zurück. Ja, beim Anfang von Gerugu denke ich, dass es sehr in roten Dingen interessiert. Dass er will, dass Gerugu Dinge geprüft. Aber Gerugu hat noch einen Fortschritt gemacht. Ja, jetzt ist er mal noch, wie will es noch von da dran. Hm, dass er sagt, danke für die Hilfe. Hm, nehmt super keine Daten. Vielleicht irgendwann nützlich. Okay, kein Mal umzuladen. Die Daten vielleicht anders sehen. Oder hier nicht. Nö, scheinbar nicht. Nein, das waren die Kröten. Stimmt. Das heißt, das kann ich kein Problem vervollständigen. Und eigentlich brauchten wir die zwei Sachen auch noch für irgendwas. Und immer möchte ich die gerade nicht einsetzen. Ähm, wir laufen schnell hier jetzt Colony. Geben. Wir haben zum einen noch Bescheid, dass wir jetzt einen Hut gefunden haben. Das gleiche, ob ich der anderen auch noch Bescheid geben muss. Dass wir jetzt zwei gerätzt haben. Ja, wir werden es gleich rausfinden. Beziehungsweise könnte es auch noch sagen, dass wir vielleicht noch mehr Aufgaben sind jetzt nachts. Nachdem ja die Leute hier in den Standort wechseln. Oh nein. Äh, was soll ich bloß tun? Ich bin Romano. Äh, äh, ich leider auch nicht zu einer Schreibkarte. Das war zu erwarten. Ich habe lange nicht geschrieben. Äh, würde dir mir vielleicht helfen. Dann fragt die Romano in der Colonie, was du über die Liebe denken. Ich hab das Wort tatsächlich über die Lippen bekommen. Und das willst du wirklich für deinen Pursen? Ich glaub schon, niemand. Erzähl uns die Wahrheit. Schau mal. Hör auf, mich in Verlegenheit zu beugen. Erzähl uns die Wahrheit. Oder wir werden dir nicht helfen. Ich, ähm, nein. Ich kann es euch nicht sagen. Noch nicht. Ich hab mir einfach den gefallen, ja. Ich verrate euch den Grund später. Okay. Ich danke euch, Freunde. Ich hab jetzt verratzt oder frisch verliebt. Wir sprechen uns dann später in Ordnung. Okay. Natürlich. Ich soll euch mein Rom-Geschicht erzählen? Ah, da verlangst ihr eure Vielfalt. Weiß ein Knar-Bübie. Wo soll ich nur anfangen? Ja, alles begann in einem Feld außerhalb der Colonie. Na und zwei knappen Monate später waren wir verlobt. Ach ja. Wenn ich an die Leidenschaft von damals denke. Ey. Hört ihr mir überhaupt noch zu? Das ist die Jugend von heute. Na wieso rede ich mir eigentlich dem Mund wurslich? Das ist eine gute Frage. Ich soll euch etwas über meine Ehe erzählen? Nun, was soll ich dazu sagen? Ich wäre froh, einen starken und selbstbewussten Mann zu heiraten. Das war es, was mich immer fasziniert hat. Außerdem zählt es ja zu den besten Schnellen der alten Colonie. Okay. Okay. Und die haben eine Raft-Regel für uns. Äh, unsere Kalonie wird von Tag zu Tag schöner. Ja, aber es gibt noch mehr, das wir für die Colonie tun können. Wisst ihr denn, was ich meine? Nö, eigentlich nicht ganz genau. Äh, die jungen Leute halte Teile für. Er ist doch so gut wie nicht. Wir sollten bei Ernest für unseren neuen, neuen Plei bedanken. Und am besten geht es mit einem speziellen Ritual. Als erst muss ein Segnungszeremonie durchgeführt werden. Danach muss sein göttlicher Stein als auch vorgegeben. Ja, wir verkraben werden. Auf diese Art, äh, wissen wir bei uns Respekt und Dankbarkeit. Ja, diese Art, äh, ich nehme auch mal wieder aufzuplauern. Ja, frecher Bengel. Ich bin eben alt. Alte Leute plappern gern. Je älter du bist, auch noch länger werden deine Vorträge. Komm du erstmal in mein alter, ungehobelte Pilot. Ja, vorhin ist genau so alt wie du. Trotzdem klappt er nicht so viel. Ah, ich hab's da als Eichen. Von mir aus sollst du recht behalten. Vorhin gibt diesen alten Kotz für zehn Jahre. Dann kaut er euch ebenfalls an Noah ab. Glaub mir. Wie dem auch sei, ihr habt nun einen Auftrag zu erledigen. Sollt am höchsten Punkt des Wandeltals ein Stein. Die dortigen Steine sind heilig und als Opfergare perfekt geeignet. Okay. Wieso nicht. Und eine weiße Entscheidung. In euch steckt einiges in Potential, junge Freunde. Aber hört gut zu. Im Wandeltal träubt ein Monster sein Unwesen. Aber ich weiß, wovon ich will. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Aber ich kann euch helfen. Holt mir etwas Diameter aus der Mine. Dann freue ich euch damit einen sicheren Weg frei. Ja, das Monster haben wir auch gesehen. Nun gut. Denn bis heute haben wir seinen göttlichen Stein. Ja, ich wollte gerade sagen, ich möchte jetzt ganz schön gegen das Lerun und Zürden kämpfen. Das ist nicht ganz so einfach. Endlich treffen wir uns mal. Prima. Wisst ihr, ich sitze gerade ein bisschen in der Fatschen. Ich versuche wieder in der Kolonie zu sein. Aber irgendetwas fehlt. Ich würde gerne eine Apotheke eröffnen. So wie die, die ich früher mal geführt habe. Aber dafür bräuchte ich natürlich genügend Medizinverräter. Leider fehlen mir noch Zutaten für mein Allzweck Medizin. Ihr kommt doch vorher am Reisen weiter herum. Oder könnt ihr vielleicht auch schon einigen Zutaten halten? Hm. Eine Apotheke könnte ich von Ihnen gut gebrauchen. Und genau deshalb möchte ich Ihnen helfen. Außerdem könnte ich euch dann pflegen, falls ihr krank werdet. Wollt ihr mir helfen, um ein Planetat umzusetzen? Und... Weck Medizin fehlen mir drei Zutaten. Ich brauche... Bitte rett sich... Erozturian... Und ein Sirius... Anemone. Wäre schön, wenn ihr mir das alles besorgen könnt. Na ja, okay. Das dritte habe ich gerade erst... Die Sammlung gepackt. Weil ihr viele Orte für aufsuchen müsst, um alles zu finden. Aber ich habe Vertrauen in euch. Ihr schafft es. Ich glaube den Rest habe ich sogar. Ich glaube den Rest habe ich sogar. Ja, Rotsturian habe ich. Und... Okay, jetzt aber jetzt, ich brauche ich noch. Stimmt, der war auch relativ selten. Ähm... Ganz kurz die Zeit vor Spulen. Stimmt, der ist ja alles nach uns nachts. Schauen wir morgen alles draußen ist. Ist das hart so. Okay... Eno Punzen auch... Zweimal tut mehr oder weniger. Der soll euch von... Liebesleben erzählen. Geh nicht. Streng geheim. Zeige nur... Zeige nur eins. Immer herzvoll. Nichts für heute. Nun gibt da mal einen Grund, warum alle einsame Leute einsam sind. Ich habe da mal irgendwo. Ich habe da vorne gefunden. Auch Spons certificate. Ich habe da hinten gefunden. Ich war so lange allein in Minenbasis. Bruder Bonn hat es so gern gegeben. Ach, Bruder Bonn war dumb Bonn. Aber Sartat möchte ihn. Ich fühle mich mehr schmerzhaft. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. ändert ihr euch ein andenken an Bruder von, das ihr gebracht habt. Ja, das soll mir doch alles zugeben. Kommt mir schon gut hin, wo Bruder und sein Frauchen von Ruden ist gut, zum Bruder in Erden zu halten. Bist du sicher, dass du den Hut nicht behalten willst? Als andenken an deinen Bruder, wirst du ein gewaltiger kleiner Hom-Hom. Aber keine Sorge, dass der Tat wird die Hälfte von Hut für sich behalten. Ein Helmhut? Gut, wenn dir das recht ist. Reicht voll und ganz satt hat, hat vorrangigen Plan. Geh in den Wald von Magna. Dahin, wo man größte Fälle sehen kann. Dann werft Hut in Fälle. Er ist Knoppenmau. Das ist der Tat das letzte Dienst für seinen Bruder von. Ja, den Wald müssen wir ihn noch. Werft Hut, soweit ihr könnt. Hört ihr? Okay. Danke. Und viel Glück. Okay, dann müssen wir den anderen nicht noch, wo ich... Das würde ich die Zweige rettet haben. Doch. Ich würde mit mir über die Liebe reden. Ich würde sagen, Verliebte müssen sich Geschenke machen. Damit zeigt man, wie wichtig er in der Partner ist. Olga ist immer so nett zu mir. Mein Tier, das liegt daran, dass sie auch einsam ist. Ihr habt sie gerettet? Oh, ich danke euch. Es tut mir so leid. Ich werde sie nie wieder auf gefährliche Abenteuer schicken. Wenn ihnen etwas zugestoßen wäre, nicht auszudenken. Ja. Ist vielleicht besser so. Okay. Ähm. Sprengen wir noch mal ein bisschen vor. Okay. Ja. 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 bitches Ja. nicht sicher. Glaubt ihr, ich wüsste es nicht, aber ich muss einfach gehen. Und wenn mir ein Monster begegnet, so werde ich nicht weichen. Danach habe ich hoffentlich den Mut, Madronia das Buch zu geben. Du stellst vielleicht zu lächeln. Madronia wird dir schon nicht den Kopf verbeißen. Im Gegensatz zu einem Monster. Das ist mir schon klar, aber wenn sie mich zurückbeißt, lieber lass ich mich auffressen. Jetzt müssen wir ihn schützen. Danke meine Freunde. Von nun an übernehme ich. Wenn es hart und hart kommt, kann ich mich eigentlich mit euch rechnen? Ja, was soll ich zu Vitamine oder eine Sumpf? Das war toll. Halt mich, falls du mir die Sache über den Kopf wächst. Danke, das tut mir echt viel. Okay. Ich möchte mal ganz kurz speichern. Heißt das, der ist zu Mino oder zum Sumpf, oder? Okay, das ist auf die ganze Zeit, weil es auf die ganze Zeit heißt, ich muss sowieso zu Mino. Okay, dann gehen wir zu Mino. Okay, dann gehen wir zu Mino. Okay, dann gehen wir zu Mino. Nachdem wir da das Dynamit holen müssen. Mal schauen. Ja, das sieht aus. Mal schauen. Hatten sie schon Probleme oder auch nicht. Hier ist das Dynamit. Eins von drei. Ich dachte es wäre schon Ivan. Aber schon war es nur das Dynamit. Okay, eigentlich das Ernst brauche ich gerade nicht, habe mir gedacht. So, das ist nichts wahr, wenn ich das fliegen lasse. Ist der Schacht eingestürzt? Musste ich gar nicht mehr. Ähm, okay. Wo ist das zweite Dynamit? Wird das nicht auch noch hier irgendwo sein? Oder ist das verletzt mit Alkohol? Beziehungsweise kann ich das überhaupt tun? Ich glaube nicht nicht. Nee, stimmt. Ja, da ist ja alles eingestürzt. Wenn im Kampf gegen das Ort ist ja da alles explodiert. Jetzt weiß ich was mir gerade gefehlt hat. Okay, wo ist denn das dritte Dynamit? Wenn hier ging es noch weiter. Also. Aber Ivan haben wir jetzt nicht gesehen. Okay. 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 Das ist ein Wettbewerb. Jetzt sind wir noch so trotzdem los zu schauen. Ich denke, ich bin gut. Ich weiß, was wir noch filmen müssen, ich weiß, was wir noch filmen müssen. Ah, viel geworden. Okay. Ich weiß, dass er irgendwann noch sein muss. Waren wir noch nicht sicher wo. Okay. Ich weiß nicht, er wird wahrscheinlich zur Kolonie zurückgehen. Das wäre ja auch eine Leidenschaft! Ich habe Sauna Hilfe. Egal, ich fühle mich nun ein bisschen tapfer. Ich werde mit zwei Jahren davon berechnen. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob es sonst schick gemacht hätte, wenn wir es beim Sumpfinger rätzt hätten. Okay, wir brauchen jetzt noch eine Aufgabe für uns. Naja, sagt mal, hat euch nicht neulich erst Ivan um Hilfe gebeten? Wisst ihr, Ivan ist nicht der Zielkünstliche bei uns. Ich meine es sehr gerne in meine Freizeit, müsst ihr wissen. Ich hoffe, mein nächstes Bild wird so gut wie Ivans Buch, aber... Naja, es fehlen mir die nötigen Notikalen loszulegen. Und leider auch die nötige Inspiration. So was aber auch. Könnt ihr mir helfen? Trania, weißt du schon, was du Ivans sagen wirst? Ich... ich kann es euch nicht verraten. Denn eigentlich... eigentlich weiß ich es auch noch gar nicht genau. Aber keine Sorge, Scherla. Wenn du mir die Sachen gebracht habt, habe ich mich entschieden. Wenn du meinst, hör einfach auf dein Herz, Matronja. Ja... Kann ich mir von beiden Spionis einen Zech-Tropfen bringen? Oder ein... etwas K... Kastgras aus dem Sumpf von Sartor? Ja... Vielen Dank schon mal vorab. Ich glaube, es soll ich bei uns zu wollen. Es tut mir leid, dass hier euch die Füße für mich rumlaufen ist. Deshalb bist du vorsichtig. Ja, sind wir sowieso immer. Ihr habt euch Topf haben, ja. Und hier muss ich das Dynamit bringen. Vorsichtig, mein Freund. Nur nicht fallen lassen. Los, gib mir das Dynamit. Damit öffne ich euch einen sicheren Weg. Und dieser führt euch zum höchsten Punkt des Wendelstrade. Ich habe euch den Weg freigesprengt. Und das ohne mich selbst in die Luft zu gehen. Ihr wollt wissen, wo ihr den neuen Weg finden könnt. Mitritt das Wendelsteil von unten steckt den Spiralfelsen empor. Der Weg, der vorher blockiert wurde, ist ein Unfall geräumt. Nehmt diesen Weg, wenn ihr das Monster umgehen möchtet. Oh, ich habe mir einen Techtropfen gebraucht. Wunderbar. Mit ihm kann ich mein Bild fertig malen. Nur noch ein paar Pinselstriche. Gib mir ein paar Sekunden. So, fertig. Mit bringt das Bild zu ihr an. Ich habe mir das Team gefällt. Wenn mein Headspace steckt dann. Natürlich. Mal schauen, was er dazu sagt. Das ist doch nicht etwa ein Bild von Amazonia. Das ist ja super. Ja, eine wirklich unglaubliche Vor. Lass mich einen genaueren Blick darauf helfen. Das ist absolut brillant. Es strahlt viel Wärme und Güte aus. Nein, ihr müsst vertrauen, ihr es sofort mitzahlen, dass ich das Bild liebe. Später werde ich persönlich über die vorbeischauen. Was hat er gesagt? Wie hat er auf das Bild reagiert? Hoffentlich werden ich mal und ich miteinander glücklich. Genau so glücklich, wie ich uns auf dem Bild gemalt habe. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken kann. Soll ich ein Gruppenhandelspiel von euch malen? Soll ich mich jetzt ein bisschen? Soll ich die ganze Zeit. Okay, um, Take care. Let's... Let's... Let's go, Corona 6. Okay. Das war's mit dem Hut. Das ist die Habitik. Okay. Okay, okay, okay. Ja, dann hätten wir den beiden auch geholfen. Okay. Ja, jetzt ist doch ein bisschen lang. Egal. Wollen wir noch das... ...de nachlegen Felsen? Ich weiß gar nicht, weil wie stark die Gegner in der Höhle waren. Ja. Wann die hier raus? Ich glaub ich 75 haben denn Dreh? Wenn ich jetzt grad nicht... ...irgendwie grad nicht ganz tustreisch. ...werden sie gleich sehen, was ich im Gegner sehe. Ah, die waren noch 75. Ich glaub das hier keine aggressiven Gegner sind, bis auf die Spinnen. Und die kann man ja umgehen. Da die ja nur aggressiv sind, wenn man... ...läuft. ...läuft. Okay. Hier glaub ich noch ein Nest. Hier glaub ich noch ein Nest. ...dann immer... ...wissen wir ja... ...welche Wege jetzt vorigespringen wurden. ...aber das ist das Gefühl beim Gehen von den Mods so. Hm. Mal schauen. Wir werden's gleich sehen, wo wir rauskommen. Ja, das hilft uns beim Gehen, weil da ja... ...nur... ...die angreift die in seiner Sicht höchstens. Macht's natürlich einfacher. Das muss der göttliche Stein zahlen. Okay. Dann gehen wir zurück zur Colony. Geben wir noch die Steine an. Ob der noch irgendwas anderes für das Ritual benötigt? Also... ...die ji-nur-nest spawnt. Oder er da ist. Ich müsste da ja. da sein. in den Wizard. Theoretisch. Vielleicht kann ich mal ganz kurz... ...mal wieder vor... ...schauen was mir noch fehlt? ach ja stimmt technisch schon fällt ja auch ein bisschen auf somit auf hinweise tipps bevölkerung auf wohnhäuser tipps bevölkerung auf wohnhäuser wir sollten auch versuchen leute aus anderen städten einzuladen noch wohnen hier nicht viele sehr viele wir müssen dranbleiben wollen sicherlich mit massen hier ziehen ja hoffen wir es mal ja könnte natürlich schon zu spät gewesen sein ja wohl das ist der stein den wir benötigen nun können wir bei uns alles gemäß für unsere kolumnie jetzt wird die zeit zeigen ok na gut allerdings vor uns hier weiter machen wenn ich den partner der stelle auch schon mit bin ich danke euch für uns zu sehen wie das dir mein Ton aus euch gefallen hat wenn nicht so was soll könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen und ich hoffe bis jetzt in der nächsten folge funktioniert gleich wieder tschau